Heftig! Das auch noch! Oh, das ist ja furchtbar! Herzlich willkommen zum Video Doomscrolling oder was schlechte Nachrichten bei uns bewirken. Diese Smartphones und andere digitale Hilfsmittel sollen uns den Alltag erleichtern, uns vielleicht auch ein bisschen unterhalten. Und gleichzeitig bemerke ich da einige Fallstricke. Zum Beispiel in unserer Podcast-Folge bei Die Aufwärtsspirale mit Professor Sabrina Kraus habe ich ja schon darüber gesprochen, wie viel Handyzeit eigentlich okay ist und was diese digitalen Hilfsmittel und vor allem die Social-Media-Plattformen so mit uns und unserem Selbstwert machen. Ziemlich spannend, hört oder schaut da gerne mal rein. Heute geht es um den Begriff Doomscrolling. Und das müssen wir vielleicht erst mal sprachlich analysieren. Kommt aus dem Englischen Doom, steht für Schicksal bzw. Verderben. Und Scrolling, nun, das kennen wir mittlerweile, ist schon eingedeutscht, einfach am Bildschirm scrollen mit dem Daumen nach unten. Gerade bei Plattformen wie Instagram hört das ja gefühlt manchmal niemals auf. Wir nennen das auch Infinite Scroll, weil es immer wieder neue Inhalte gibt. Und welche Inhalte da so angezeigt werden, das hängt ja ganz explizit davon ab, was wir uns so längerfristig anschauen. Also klicken wir auf einen Beitrag, der besonders ansprechend für uns ist, dann, das hast du vielleicht schon mal gemerkt, bekommst du mehr von derselben Machart oder von den ähnlichen Inhalten. Interessanterweise, wenn ich auf Entdecken gehe, zum Beispiel bei Instagram, bekomme ich relativ viele Promi-News, obwohl ich da gar nicht so hinterher bin. Und ich bemerke, dass ich manchmal gewillt bin, da drauf zu klicken, aber gerade noch ausbrechen kann, weil mein Hirn eingeschaltet wird und sagt, Diana, wenn du das jetzt klickst, dann kriegst du mehr von diesen Trash-News oder eigentlich möchte ich die gar nicht so viel konsumieren. Woher kommt das eigentlich und woher kommt es, dass unser Gehirn so schnell anspringt bei schlechten Nachrichten und die auch viel schneller verarbeitet und sogar auch besser in unserem Gehirn und Gedächtnis abspeichert? Das ist zunächst einmal evolutionär bedingt. Früher war es wichtig, dass wir die schlechten Nachrichten schnell bei uns im Dorf, im Ort oder vielleicht auch einfach nur in der Gemeinschaft, wenn wir jetzt mal von den sehr, sehr frühen menschlichen Erfahrungen oder vormenschlichen Erfahrungen sprechen, dann musste sich natürlich schnell rumsprechen, wo jetzt gerade wieder ein wildes Tier war, was wir entweder erlegen oder aber auf keinen Fall aufsuchen sollten, weil es einfach zu gefährlich war. Das war sozusagen überlebenswichtig. Und auch heute bekommen wir manchmal die Idee, dass die Informationen, wo gerade etwas Schlimmes passiert, auch für uns im Alltag überlebenswichtig sind. Und für wahr, manchmal ist da ja auch was dran. Nehmen wir die Corona-Pandemie. Da ist der Begriff Doomscrolling vor allem durch die Medien gegangen, weil wir uns ja alle permanent damit auseinandergesetzt haben, was der neueste Stand ist. Natürlich vielleicht auch in der Hoffnung, dass bald ein Gegenmittel gefunden worden ist oder das Virus entschlüsselt worden ist. Und gleichzeitig haben wir immer wieder gehört, wie viele sind wo, warum gestorben. Also diverse Theorien, wer anfälliger ist für das Virus und was wir tun können, um uns zu schützen. Vieles haben wir wieder über Bord geworfen. Und das bedeutete ja auch, wenn ich up to date bleibe, dann habe ich den neuesten Stand und kann mich bestmöglich verhalten. Also so ein bisschen eine Logik ist dahinter. Und gleichzeitig vergleichen WissenschaftlerInnen das Doomscrolling auch so ein bisschen wie einen Effekt im Casino. Da scheint das große Geld zu warten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Informationen, die wir von den Leuten, die dahinter im Tresen stehen, bekommen oder bei anderen beobachten, wie man richtig spielt, um möglichst viel Geld zu machen, dass uns das hilft, ist allerdings gering. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir so alltäglich Nachrichten hören, ist mir heute wieder passiert, dann ist etwas, das für uns überhaupt nicht entscheidend ist in diesem Augenblick, nämlich, dass ein Unwetter gerade über England, dass da Winde wehen, während ich hier nach draußen gucke, und garnischt ist, das ist für mich und meinen heutigen Tag ja eigentlich völlig irrelevant. Es bleibt trotzdem viel mehr hängen, als die Tatsache, obwohl das ziemlich witzig war und auch ein bisschen hängen geblieben ist, dass wir nackt Auto fahren dürfen und dafür nicht bestraft werden können, wenn wir zum Beispiel sagen, dass uns zu heiß gewesen ist. Aber das würde zu weit führen, wenn ich diesen kuriosen Fakt, den ich heute auf 1Live gehört habe, mit euch nochmal ausführe. Mir geht es darum, dass wir wissenschaftlich erwiesen sagen können, dass die schlechten Nachrichten schneller verarbeitet werden, mussten sie ja auch, wenn es gefährlich für mich werden konnte, muss ich ja schnell agieren und länger im Gedächtnis bleiben als die guten Nachrichten. Und wir sagen ja auch im Journalismus häufig, dass die schlechten Nachrichten eigentlich die guten Nachrichten für JournalistInnen sind, weil die eben mehr die Runde machen. Aktuell der Tod vom Schauspieler Friends, der Chandler, der Matt, ich habe seinen Nachnamen gerade schon wieder vergessen, aber wie viel über seine Krankheit und über seine schweren Zeiten berichtet wurde, das habe ich mir schon alles gemerkt. Also da sind ganz alltägliche Beispiele, wenn ich genau hinschaue, die mir zeigen, wie oft ich selbst auch dieser Tendenz verfalle, mir noch mehr schlechte Nachrichten oder mir noch mehr Dinge und Informationen zu suchen über schwierige, schlimme Gegebenheiten, über Krisen, den Konflikt in Israel, den Krieg in der Ukraine. Das sind alles Beispiele, wo wir ganz viele Informationen sammeln und da auch hängen bleiben. Und so wie ich das eingangs ein bisschen szenisch dargestellt habe, kenne ich das auch von zu Hause. Wir haben abends um 8 Uhr vor den Nachrichten gesessen am Fernseher und zack gab es natürlich jede Menge schlechte Nachrichten und irgendwie war das immer alles ganz schlimm, was für schlimme Dinge in der Welt passieren. Übrigens 1970 gab es den Begriff der gemeinen Welt, weil die Menschen so viele Gewalttaten in den Nachrichten gehört haben, dass sie gesagt haben, die Welt ist so schlimm, viel schlimmer, als sie eigentlich ist. Ich sage und betone ja auch immer wieder, wie wichtig und entscheidend es ist, worauf wir unseren Fokus setzen. Die Wolken am Himmel sind unzählig, da sind so viele und wir können uns die ganze Zeit in einer Gewitterwolke festhalten oder wir können mal schauen, was da noch so ist. Und ich habe damals schon als Jugendliche oder junge Erwachsene entschieden, boah, das mit diesen Nachrichten, das tut mir einfach nicht gut. Und deshalb konsumiere ich sie jetzt einfach nicht mehr. Ob das die Lösung war, erzähle ich euch gleich. Die Tatsache, dass ich das gemerkt habe, ist schon mal enorm wichtig und kommt nachher auch bei den Tipps nochmal vor. Denn was bewirkt denn eigentlich Doomscrolling? Wie ich vorhin schon gesagt habe, die Algorithmen der neuen Medien, früher gab es ja nur die Tageszeitung, die war irgendwann ausgelesen. Dann gab es mal die Nachrichten, die einmal pro Stunde kamen und vielleicht im Radio nochmal zur halben Stunde. Aber wir konnten nicht permanent uns mit Themen auseinandersetzen. Heute zücke ich mein Handy oder andere elektronische Geräte. Es gibt übrigens auch den Begriff des Doom Surfings und kann permanent mich zurieseln lassen mit neuen, vielleicht sogar gar nicht wahrheitsgetreuen berichteten Informationen. Und dann bewirkt das Ganze, dass ich in eine Kaskade und in einen Teufelskreis voller schlechter Nachrichten komme. Die Algorithmen greifen und ich bekomme nur noch von diesen Nachrichten. Verschwörungstheorien werden auf solche Art und Weise wahnsinnig leicht verbreitet. Und so komme ich ja von einer schlechten Nachricht, von einer furchtbaren Erfahrung in die nächste. Und ähnlich wie bei Horrorfilmen werden natürlich auch da bestimmte Areale in meinem Gehirn aktiviert, die mich das Ganze ein bisschen miterleben lassen. Vor allen Dingen, wenn ich empathisch bin. Das heißt, meine Laune wird schlechter. Und das ist sogar überprüft worden, nämlich an mehreren Studien schon. Vor allem auch zur Corona-Pandemie. Gibt es zum Beispiel bei der Universität in Bergen, das ist eine norwegische Universität, eine Studie, wo Leute gefragt worden sind. Und da gab es einen Zusammenhang, also wie viel nutzen sie das Ganze und wie fühlen sie sich eigentlich. Da gab es einen Zusammenhang von Angstsymptomen und der Mediennutzung bzw. des Konsums schlechter Nachrichten. Das heißt, je mehr wir schlechte Nachrichten konsumieren, umso ängstlicher in diesem Fall oder umso gestresster sind wir. Auch das löst natürlich in erster Linie mal eine Stressreaktion bei uns aus. Das ist ja furchtbar. Da müssen wir vielleicht aufpassen, da sind wir aktiviert. Und wir wissen alle, Daueraktivierung führt natürlich irgendwann zu chronologischem Stress. Und wenn wir immer auf diesem Pegel sind, wenn wir immer nur unser Handy in der Hand haben, Handy-Zeitel ist grüßen, dann werden wir irgendwann möglicherweise ausbrennen, uns schlecht fühlen, Depressionen bekommen, posttraumatische Belastungsstörungen können verstärkt werden. Alle möglichen psychischen Erkrankungen können hier noch einmal verstärkt werden. Ich sage können, weil das muss natürlich nicht so sein. Und gleichzeitig gibt es mittlerweile genügend Studien, die zeigen, dass uns diese digitalen Hilfsmittel und die vermeintliche Unterhaltung gar nicht immer das Wohlgefühl beschert. Es gab schon vor einigen Jahren, lange bevor ich den Begriff Doomscrolling gehört habe, eine Studie über Facebook, wo Menschen gefragt worden sind, warum benutzen sie es eigentlich? Ja, weil ich da so schöne Videos gucke, die unterhalten mich und bringen mich zum Lachen. Und dann wurden die Menschen vor und nach der Nutzung von Facebook gefragt, heute ja Meta, wie sie sich fühlen. Und die Studie hat ergeben, dass die meisten Menschen sich schlechter gefühlt haben. Vermutlich haben wir da nicht nur gute Nachrichten gesehen, haben wir uns vielleicht mit anderen verglichen und haben uns plötzlich klein gefühlt, schlechter gefühlt. Und deswegen lohnt es sich, den Medienkonsum zu überdenken. Was tun gegen Doomscrolling? Ist also die große Frage. Nun ganz klar, wenn ich mich schlechten Nachrichten nicht aussetze, dann werden sie nicht so viel Schlechtes mit mir machen. Also reduzieren wir als erstes mal den Konsum schlechter Nachrichten, vielleicht auch den Nachrichtenkonsum allgemein. Während der Corona-Pandemie haben viele Menschen aufgehört, die Live-Ticker permanent zu aktualisieren, weil es ihnen irgendwann zu viel geworden ist und sie gestresst dadurch waren und sie gar nicht mehr wussten, was sie jetzt machen sollten, weil sie immer nur noch in diesen Spiralen waren und haben dann gesagt, okay, ich checke das Ganze vielleicht morgens und vielleicht abends. Doch auch da Vorsicht, das Erste, was wir am Tag machen und das Letzte, was wir am Tag machen, sind natürlich wesentliche Dinge, die auch unsere Nacht und unseren Tag bestimmen können. Deswegen empfehle ich also gerne, Dankbarkeitsjournale auch zu machen und die am Abend, um nochmal zu reflektieren, was war eigentlich gut, wenn doch so viel schlecht läuft auf dieser Welt. Das ist auch eine Möglichkeit, beziehungsweise allgemeiner gefasst. Mein Tipp Nummer zwei ist, schau, was du offline für dich tun kannst. Wir haben hier jede Menge Übungen, die sind natürlich alle mit digitalen Hilfsmitteln. Vielleicht nimmst du auch den angesprochenen Podcast, die Aufwärtsspirale. Dann kannst du dir einfach die Kopfhörer aufsetzen und zum Beispiel nach draußen in die Natur gehen. Achtsamkeit in der Natur genießen und mal den Kopf mit etwas anderes füllen als den Nachrichten dieser Welt. Und wenn du doch Nachrichten sehen oder hören möchtest, dann war meine Lösung, nicht nur die allgemeinen Nachrichten zu konsumieren, sondern vorwiegend eine App zu installieren, die mir gute Nachrichten ausspielt. Zum Beispiel die Good News App. Wenn du das in deinem App oder Android Store eingibst, dann findest du natürlich auch noch weitere Alternativen. Und ich war wirklich überrascht, was alles Gutes und Nachhaltiges in dieser Welt passiert. Und das hat mich dann doch immer wieder am Tag ein bisschen erheitert und positiv gestimmt. Von daher, das sind meine drei Impulse für dich, wie du Doomscrolling vielleicht vermeiden kannst und die Effekte ein bisschen runterpuffern kannst. Und ja, ich schaue nach wie vor oder mittlerweile wieder die Tagesschau. Meistens, wenn ich Zähne putze abends, was vielleicht auch nicht so schlau ist. Denn nochmal ein kleiner Bonustipp. Unseren Handykonsum oder unsere digitalen Hilfsmittel allgemein in der Nutzung etwas zu reduzieren, ist natürlich super. Vor allem, bevor wir zu Bett gehen. Denn das wirkt sich über unsere Wahrnehmung auch noch aktivierend in unserem Gehirn aus und lässt sich schlechter schlafen. Und das wollen wir nicht. Und darum wünsche ich dir, statt Fear of Missing Out von dem, was vielleicht Schlechtes in der Welt passiert, Joy of Missing Out. Dazu haben wir ja auch ein Video gemacht. Also entscheide dich bewusst, wo du deine Aufmerksamkeit drauf richten möchtest und wie du dein Leben gestalten möchtest. Ich wünsche dir, dass es nicht nur aus schlechten Nachrichten besteht und ein bisschen was davon hast du selbst in der Hand. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.